Schöner Abend, ne? Schöne Scheiße. Das ist Lonnie Worshingens Mädchen. Gute Kämpferin. 11.0 Siege. Deine Linke, nimm deine Linke nach oben. Lonnie hat viele gute Kämpfer. Der hat Joy Adaccio, den Leichtgewicht-Champ. Ja. Deine Linke, verdammt! Für den ersten Kampf hätte ich sie noch nicht ausgesucht, aber Sally ist ein guter Manager. Glaubt wohl, dass sie sie schlagen kann. Das ist doch das Letzte. Die Linke, nimm die Linke nach oben. Denkst du, sie kann dich hier oben hören? Natürlich, wenn Maggie verliert, bedeutet das für Sally nichts. Am Ende hilft sie ihm. Lonnies Schützling gewinnt und dafür kriegt Sally vielleicht für sein Leichtgewicht einen Titelkampf gegen Joey. Sally versucht, einen Titelkampf gegen Adaccio zu kriegen. Hey, was weiß ich schon. Ich will heute Abend nur die Kämpfe sehen. Heilige Mutter Gottes! Okay, break! Hey, komm her, komm her. Hey, komm hier rüber! Du lässt immer die Linke fallen. Du darfst sie nicht fallen lassen. Hey Frankie, darf ich mit meiner Boxerin sprechen? Du berätst sie hervorragend, Sally. Genauso hervorragend wie dein Leichtgewicht? Dann. Was machen Sie hier? Ich spreche. Was machen Sie hier? Ist das Ihre Boxerin? Das ist meine Boxerin! Es läuft mit uns nicht gut, Sally. Fein! Nehmen Sie zurück! Sie boxt sowieso beschissen! Erklärt mir jemand, was hier los ist? Ich hab mich verspätet. Sally war nur Ersatzmann für mich. Also ist das Ihre Boxerin? Ja, sie ist meine Boxerin. Dann haben Sie zehn Sekunden. Ich halte die Linke oben, Boss, aber nach einem Schlag fällt sie wieder runter. Ja, dann lass sie fallen. Das wär viel leichter. Sie glaubt, sie kennt dich, das ist alles. Und immer wenn du die Linke fallen lässt, zieht sie mit der rechten drüber. Also warte einfach auf sie, klar? Sie denkt, dass sie dich damit kriegt. Aber genau wenn sie mit der rechten ausholt, hörst du mich. Ich hör sie, Boss. Wenn sie das tut, steppst du nur zur Seite und verpasst dir einen Gute-Nacht-Haken. Hast du einen dabei? Klar, hier drin. Okay. Kämpfen Sie oder ich breche ab. Geh und gib ihn ihr. Der Körper weiß, was Boxer nicht wissen. Wie man sich schützt. Ein Hals kann sich nur bis zu einem gewissen Punkt drehen. Dreht man ihn nur um Haaresbreite weiter, sagt der Körper. Hey, von hier ab übernehme ich, weil du offenbar nicht weißt, was du tust. In die Ecke, die neutrale Ecke. Hast du das gesehen? Also, wie lautet die Regel? Immer auf meine Deckung zu achten, Boss. Gut, gut. Sie haben mich weggeschickt. Wer hat mich das beschützt? Gar nicht. Ist schon gut. Ich arbeite an meiner linken, Boss. Trink dein Wasser. Und sonst wie war ich? Du warst gut. Du warst sehr gut. Verlassen Sie mich wieder? Niemals. Gibt's ausgemachten Zitronenkuchen in dem Laden, wo du arbeitest? Sicher. Nicht mit dieser Drecksfüllung aus der Büchse. Büchse, ja. Riesengroß. Ausgemacht steht aber drauf. Ich will, dass du das Wochenende freinimmst. Heute ist das Donnerstag. Widersprichst du mir? Ich käme nie auf die Idee, Boss. Ah, gut.